Wir sind heute zu Besuch auf dem Pump Track in Bern im Vierderfeld und mit mir hier ist der Jalon. Zeig schnell, was bist du für einen Biker? Ja, ich bin Freerad Mountainbiker, bin 16 Jahre alt, komme von Thun und fahre in der Flying Metal Crew. Flying Metal Crew hat bei uns am Event eine riesen Jump Show. Was wird uns dort erwarten? Ja, es wird einen Sprung auf dem Bundesplatz aufbauen und es kommen die besten Fahrer aus der Schweiz, die eure Tricks zeigen und Thomas Schöno kommt auch noch. Es ist gar nicht mal so einfach, wenn ihr das lernen wollt. Wir verlassen 15 Workshop Plätze mit Thomas Schöno. Meldet euch nach unter hallovelo.be und ich helfe dir hier mit. Ciao! Meldet euch nach!